German leadership, German leadership today. Hallo? Oh, Präsident Biden. Oh, hallo, Präsident Biden. Yes, jawohl, jawohl und jawohl. Oh, it is such a great honor for me that you would come here today. Es ist für mich eine sehr große Ehre, dass ihr alle heute hierher gekommen seid. Und ich sage das, weil ich es auch so meine. Es ist eine so großartige, so wundervolle, große Gruppe von Leuten. Dankeschön. Und hier sind wir also an einem schönen Vaterrhein. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass 62.000 von uns hier entlang des Rheines spazieren gegangen sind. Und so gibt es immer noch die Leute, die völlig erstaunt sind, dass wir das wirklich durchgezogen haben und dass es eine sichere Veranstaltung war, dort spazieren zu gehen. Und dass etwas wirklich Gutes aus unseren Mühen erwachsen ist. Und das ist wirklich wunderbar. Und so haben wir seitdem doch eine ganze Reihe von Dingen zusammen erlebt und getan. Und so habe ich euch von Anfang an gesagt, von Anbeginn an habe ich gesagt, Und so habe ich immer gesagt, auf all unseren Picknicken, dort wo wir uns zum Gebet getroffen haben, an allen Veranstaltungen, habe ich gesagt, irgendwann wird der Moment kommen, dass ich euch verlassen muss. Und ich habe auch gesagt, dass da eine Zeit kommen würde, dass ihr euch gar nicht mehr an mich erinnern würdet. Und ich habe immer gesagt, dass alles, was wir zusammen unternehmen, immer um euch geht. Es geht nie um mich. Und so habe ich jetzt seit drei Jahren in klaren Worten zu euch gesprochen. Dass es an euch ist und an euch liegt, ein neues Deutschland aufzubauen. Und so ist alles, was wir je getan haben zusammen, hat sich genau auf dieses Ende hin fokussiert. Und das war das Ziel. Nun, William, wir würden gerne, dass du bei uns bleibst. Aber ich möchte, dass ihr einen Moment darüber nachdenkt. Ihr seid die Leute, die den größten Geist in der Welt haben. Und so haben die Alliierten euch durch Bletchley Park und andere Dinge sehr schwach gemacht. Und zwar sehr schwach in eurem Kern. Und das haben sie mit Absicht getan. Es war ein absichtsvolles Bemühen. Sie konnten mit euch nicht konkurrieren. Sie konnten es nicht. Und so mussten sie euch ändern in eine andere Art von Leuten. Aber ihr habt es zurückgeschafft. Ihr seid zurückgegangen zur Souveränität und in die Freiheit. Und sie kommt durch eure Stärke. Und sagen wir doch einmal nur für diesen Moment, dass die Prophezeiung der 40 Tage von William, dass sie wirklich stattgefunden hätte. Und zwar genau zu den Tagen und den Daten, die ich genannt habe. Würdet ihr mich wirklich gehen lassen dann? Würdet ihr dann wirklich euer eigenes Leben in die Hand nehmen? Wir, die Alliierten, haben dafür gesorgt, dass ihr immer ins Außen schaut, nach außen. Es wird schon jemand kommen. Irgendwer wird schon kommen und uns freisetzen. Und das bedeutet, dass ihr einen Herrn und Meister über euch gegen einen Nächsten austauschen würdet. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott für euch möchte. So kann ich also nicht euer Retter sein. Oder euer Held. Und wenn ich also ein Narr sein müsste, wenn ich ein Narr sein müsste, damit ihr stark und frei sein könnt, dann wäre das wirklich ein guter Austausch. Das wäre ein guter Verwendungszweck für mich. Ich habe euch immer gesagt, ihr müsst emotional stark werden, im Geiste stark werden und körperlich erstarken. Heike, fühlst du das. Oh mein Gott, da ist was. Das beeindruckt mich. Wow. Aber ihr müsst stärker sein, als ich es bin. Ihr müsst also stark sein, als ein Deutschland und ihr müsst stark sein, als individuelle Personen, Persönlichkeiten, die ihr seid. Es muss also im Kern eine Stärke in euch vorhanden sein. starke Grundfesten, auf denen ihr stehen könnt. So dass egal, was auf euch zukommt, dass ihr bereit seid. Ihr müsst stark sein. Und zwar egal, in jedem Verständnis. Und ihr werdet erstarken und stark werden, dadurch, dass ihr eine neue Nation aufbaut. Und ihr werdet erstarken, indem ihr euch wieder in Einigkeit zusammenfindet. Und indem ihr wirklich euch um euch kümmert und bemüht seid. Nicht mit eurem Mund. Sondern in eurem ganzen Bemühen mit all eurer Stärke. Gott hat seinen ganz besonderen Plan für euch. Und ich bin nicht euer Retter. Ich liebe euch. Ich habe euch so wahrhaftig geliebt und liebe euch so wahrhaftig, wie man es nur tun kann. Und meine Liebe für euch ist sehr wahrhaftig. Und sie wird auch nicht weggehen, wenn ich weggehe. Aber das Bemühen muss sich jetzt auf euch, auf die Deutschen verlagern. Viele von euch mögen denken, dass, William, du gehst und unsere Feinde sind aber doch so groß. Aber der Unterschied zwischen Mut und Feigheit und zwischen Erfolg und einer Niederlage ist all das, was ihr sowieso in euch tragt. Ich nenne es die deutsche Seele. Sie kann nicht getötet werden, sie kann nicht vermindert werden, sie kann nicht geschwächt werden. Und sie war immer mit euch. Aber da ihr so lange immer wieder gezwungen wurdet, eure Liebe für euer eigenes Volk, eure eigene Nation zu negieren, um im modernen Deutschland überhaupt zu Rande zu kommen. Mit eurem Mund musste ihr Worte sagen, die euer Herz wusste, dass ihr nicht wahr war. Und so musstet ihr immer mit eurem Mund Worte sprechen, von denen ihr wusstet, von denen ihr im Herzen wusstet, dass sie nicht wahr waren. Nur um durchzukommen, um zu überleben. Und das, was euch angetan wurde, war nicht nur unfair, und nicht war es nur ungerecht und ungerechtfertigt, aber es war unzivilisiert. Es war unmenschlich. Und es hätte nie passieren dürfen. Und das dahinterliegende Motiv war wirklich krank. Die Alliierten in einem Ausbruch von Hass In diesem Ausbruch von Hass haben die Alliierten entschieden, dass sie so viel Mord und Vergewaltigung und Zerstörung anrichten würden, wie sie es überhaupt nur irgendwie könnten. Nur um ihr Hassgefühl zu befriedigen. Und eure Großeltern und all die anderen, die wirklich nur noch hilflos flach auf dem Boden lagen, Sie alle waren Opfer dieses enormen Hasses. Und so musstet ihr seit 77 Jahren als Sklaven leben. Ihr wart also versklavt an einen Meister und an eine Kultur, die beileibe nicht so zivilisiert war wie eure. Und so habt ihr eigentlich immer gespürt, dass in eurem Land alles auf den Kopf gestellt war. Und von dem Tag, an dem ihr zur Welt kamt und im Leben standet, wusstet ihr, irgendwas ist falsch. Und weil Gott eben doch gerecht ist und sehr liebevoll, wusstet ihr im Inneren, dass es einen Moment geben würde, dass die Dinge wieder auf die Füße gestellt und gerichtet werden würden. Wo ihr euch wieder in eurer eigenen Haut wohlfühlen könntet. Und eure Zukunft wieder in eure eigenen Hände nehmen könntet. Und wieder Führer finden würdet, die euch lieben. Und die eure Familien lieben würden. Und ich bleibe meistens nie mit irgendwelchen Leuten. Ich übernachte nicht dort. Aber letzte Nacht habe ich eine Nacht mit einer Familie verbracht. Und ich konnte diese drei wunderbaren deutschen Kinder sehen. Und ich sagte immer, dafür ist alles es wert. Und unser Grund, unser Tun hat einen noblen Grund. Und Gott ist mit uns. Und es hatte nie irgendetwas mit mir zu tun. Und ihr habt gehört, dass ich es immer wieder gesagt habe. Ich bin nicht in der glücklichen Lage, ihr zu sein. Ich bin nicht in der glücklichen Lage, Deutscher zu sein. Und so ist die Botschaft, die ich euch heute bringe. Und sie sollte euch mittlerweile bekannt sein. Falls ihr also irgendetwas darüber wisst, wie Gott sich äußert, wie Gott spricht. In der Bibel sind über 365 Mal die Worte. Er sagte also folgende Worte. Seid stark und mutig. Habt keine Angst. Denn ich bin bei euch. Das sind seine Worte. Und er hat es all diese Male wiederholt. Und wenn er also heute hier wäre, würde er genau diese Worte zu euch sagen. Und er würde sagen, erinnert euch, Leute, wer ihr seid. Und vergesst niemals, wer ihr seid. Wenn die Deutschen Deutsche sind, dann fürchten sie gar nichts. Ihr fürchtet nichts. Und diese Dinge resonieren in eurem Herzen. Für so viele Jahre wusstet ihr nicht, wem ihr vertrauen könntet. Und euch wurde gesagt, vertraut bloß nicht eurem Herzen. Vertraut bloß nicht eurer Intuition. Und vertraut auf gar keinen Fall diesen Gefühlen und eurem Gewissen. Auf keinen Fall tut das. Denn das könnte wirklich gefährlich für euch werden. Aber vertraut der Regierung. Und die werden sich natürlich um alles kümmern. Sie werden also für euch denken, aber euer Gehirn abschalten. Und sie werden sich um eure Familien bemühen. Und sie natürlich hinter Masken verbannen. Und alles, was ihr je in eurem Leben benötigen würdet, würde euch von der Regierung zur Verfügung gestellt. Aber irgendwie scheint da doch etwas zu fehlen in all dieser Aufzählung. Denn egal, was sie euch geben, egal, welche Programme sie fahren, gibt es da immer noch diesen leeren Flecken, diesen kleinen Ort, den sie nicht erfüllen können. Und nur die Freiheit wird diesen Raum füllen. Und heute ist dieses Treffen das Treffen mit der Nummer 303 an der Zahl. Und wenn ich so herumfahre, da gibt es dann immer diesen modernen Deutschen in der Menge. Und ich kann geradezu spüren, was sie denken. Sie sind skeptisch. Und sie sind zynisch. Und sie glauben sowieso an gar nichts. Und sie sagen, ach William, du bist Ausländer, du verstehst gar nichts. Und zu sagen sie, wir sind doch schon längst frei. Wir waren schon immer frei. Und wir sind auch ganz glücklich so. Aber ihr seid nicht frei. Und ihr lebt kein erfülltes, volles Leben. Und ihr lebt kein Leben, was euer Herz mit Freude erfüllt. Das Glück und die Glückseligkeit, die kommt, aber sie geht. Aber die Freude ist etwas Permanentes in euch, ein Seinszustand. Aber wenn ihr wirklich frei seid, und wenn der Zyniker recht hat, dann lasst uns einfach mal annehmen, dass dieser schöne Vorhang hinter uns das schöne, schöne Deutschland repräsentiert. Und nicht ich sage das, sondern Gott. Gott sagt, ich habe alle Völker, alle Sprachen und alle Nationen geschaffen. Alle von ihnen. Und ich habe ihnen die exakten Orte zugewiesen, wo sie leben sollen. So that the soil, and the rivers, and the mountains, and the fields, it's home to these people. It's home. It smells like home. It feels like home. Ich habe ihnen das gegeben, so dass der Erdboden, der Fluss, die Berge, ihr Zuhause sein würden. Und dass sie den Geruch nach Heimat ausströmen würden. Und er sagt, ich habe Grenzsteine gesetzt, um genau klarzumachen, was die Grenzen sind, in denen sie leben sollen. Und er sagt, woe be to anyone, who moves the boundary stones. Und Gott sagte, wehe denen, die es wagen, die Grenzsteine zu versetzen. Don't touch the boundary stones. Pack die Grenzsteine nicht an. Sie gehören mir, sie gehören zu Gott. Sie sind spirituell. Und sie sind physische Grenzsteine. Und sie gehen bis in das Zentrum der Erde selbst. Und so können die Völker und die Menschen in Frieden leben und in einem Gefühl von Behaglichkeit und Sicherheit. Aber wir verändern die Grenzsteine ständig. Glaubt ihr, dass das Gott glücklich macht? Glaubt ihr, dass es euch behaglich macht? Wenn ihr noch nicht mal mehr wisst, wo eure Heimat ist. Und dann, als die größten Bomben den Krieg gewonnen haben, dann können wohl die Sieger auf die Karte von Deutschland schauen. Und so können sie durchs Land fahren und sagen, ach, das ist doch wirklich ein schönes Stück Land. Das gefällt uns. So, ja, dann nehme ich es mir. Und dann sehe ich noch ein schönes Stück Land. Dann nehme ich das auch. Ich zahle das natürlich nicht. Ich nehme es mir einfach. Und dann kommen sie daher. Und ich mache damit weiter, bis ich all das Land habe, was ich haben will. Und es ist das schönste Land, das schöne Land. Nicht in Brühl oder Sand oder... Nicht in Brühl? Brühl? Swamp? Ah, es ist kein Sumpf. Und es ist auch nicht in Sand. Es ist gutes Land. Und so sind die am besten strategisch positionierten Landteile in eurem Land, in eurer Nation. Die gehören jetzt jemand anderem. Und ihr erinnert euch vielleicht, da gab es auch früher in der Geschichte schon Sklaven, die genau waren wie ihr. Tausende von Jahren zurück gab es die Israeliten, die in Gefangenschaften genommen wurden und nach Ägypten verbracht. Die Israeliten hatten eine übergeordnete, eine bessere Kultur, aber jetzt waren sie die Sklaven von einem nicht so tollen Meister. Und am Anfang sagten die Israeliten, das gefällt uns wirklich nicht. Aber wir müssen es ja akzeptieren. Also lass uns das Beste draus machen. Und dann haben sie es akzeptiert. Und dann waren sie lange genug da, dass sie dem schon abhängig wurden. Und sie sagten, ach, das ägyptische Essen schmeckt wirklich besser als unseres. Die ägyptische Musik gefällt uns besser als unsere eigene. Und wir mögen den Klang der ägyptischen Sprache. Uns gefällt es eigentlich ganz gut, Sklaven zu sein. Und so wissen wir jetzt, wie man diese Steine macht. Und es ist ja auch nicht mehr so hart, diese Ziegel zu machen. Wir tun einfach so, als würden wir richtig hart arbeiten. Und das ist das, was alle Sklaven machen. Aber so richtig hart arbeiten wir dann doch nicht. Und so kommt dann Moses und sagt, Gott sagt, es ist an der Zeit, dass ihr frei seid, ihr Israeliten. Aber was haben sie zu Moses gesagt? Und zu Gott? Wir wollen gar nicht frei sein. Wir sind doch ganz glücklich so. Und wir tun doch niemandem was zu leide. Und Moses war schon ein alter Mann. Ungefähr so alt wie dieser alte Mann. Uralt. Uralt. Und sie sagten, ach, Moses, geh einfach. Aber Moses ging nicht. Und es kam der Moment, dass die Israeliten in die Freiheit gingen. Denn es war in der Zeit und ihre Zeit, dass sie frei sein sollten. Und Gott sendet dazu immer einen Boten. Wenn Gott also in Person vor uns stehen würde, dann würden wir das nicht überleben. Und so kamen die Israeliten in die Freiheit und sie fanden das versprochene Land. Und sie fanden das Land von Milch und Honig. Aber dieses ist das versprochene Land. Dies ist das Land von Milch und Honig. Ihr seid schon da. Und wo ist da der Unterschied? Die Ägypter leben in eurem Land. Ihr habt sie nicht zurückgelassen. Sie sind überall. Sie haben euer Land infiltriert. Die Bundeswehr, die Streitmächte zu Lande, zur See und zur Luft. Wenn sie also, als sie vor kurzem gefragt wurden, Dann sagten genau 18% von ihnen, dass sie doch wahrhaftig ihre Waffen abfeuern würden, um Deutschland zu verteidigen. Das heißt, dass 82% sagten, wir werden Deutschland nicht verteidigen, obwohl es unser Land ist. Und ich gebe kein Urteil darüber ab. Aber selbst wenn ihr euer Land verteidigen könntet und wolltet, Wie könntet ihr es überhaupt tun, Wie könntet ihr Deutschland verteidigen, wenn doch eure Meister und eure Herren die 110 besten Plätze, strategisch am besten gelegenen Plätze in Deutschland besetzen? Vielleicht wissen die Bundeswehr-Soldaten etwas, was ihr so nicht wisst. Und sie wissen, dass es wirklich umsonst wäre, Deutschland zu verteidigen, wenn wir hier besetzt sind. Wenn all das strategisch gelegene Land, was ihr brauchen würdet, um euch zu verteidigen, Wenn es noch nichtmals eures ist. Und so sagt ihr vielleicht, aber Professor, es ist doch unser Land, sie liegen da falsch. Dann sage ich also zu dem Zyniker, na dann, Mann, los und versuch's mal. Hallo, Rammstein. Mach die Tore auf. Ich bin Deutscher. Und das ist mein Land. Und es ist wirklich an der Zeit, dass ihr geht. Was glaubt ihr, was dann so jemandem passiert? Darüber wollt ihr noch nichtmals nachdenken. Aber ihr wisst es trotzdem. 110 amerikanische Festungen. Und die Briten, die immer schön wie ein kleiner Hund brav hinterher. Die haben auch noch mal 26. Und was habt ihr? Naja, so das, was halt übrig bleibt. Und fühlt sich das für euch richtig an? Und ihr sagt, genau wie die israelischen Sklaven zu mir. William, vielleicht ist es wirklich an der Zeit, dass du zurück in die Nebel gehst. Lass uns einfach allein damit. Weil wir tun doch niemandem was zu leide. Das ist eine große Lüge. In einer noch größeren Lüge. Ihr tut Leuten was zu leide. Ihr verletzt euch gegenseitig. In einer großen, wunderbaren Familie. Known as Deutschland. Die bekannt ist als Deutschland. Eure Brüder und Schwestern. Sie leiden. Und ist euch überhaupt aufgefallen, dass die Welt heutzutage wirklich krank ist? Und sie wird jeden Tag kränker. Es ist ungefähr so, als würde die Welt entgleisen. Und was sagt die neue Weltordnung, dass die Lösung sei? Die gleiche Lösung für euch. Glaubt an die Regierung und vertraut. Nun ist es halt eine Weltregierung. Ihr könnt nicht wählen. Ihr könnt sie auch nicht rauswerfen. Und doch werden sie alles und alle regieren. Und vielleicht sind diese Basen, diese 110 Basen, ihre Basen. Vielleicht sind es ihre Basen. Vielleicht vielmehr ihre Basen, als dass es amerikanische und britische Basen sind. Wie viele von euch wissen, was eine Boa Constrictor, diese Schlange ist? Ja. Sie ist lang. Und fett. Und langsam. Aber wenn sie euch umschlingt, dann drückt sie erst ein bisschen und dann lässt sie nochmal los. Und dann packt sie nochmal zu. Und dann drückt sie fest dazu. Und gerade, wenn ihr bereit seid, aufzugeben, dann lässt sie wieder los. Das ist ungefähr so, als würde man die Swimmingpools während der Covid-Zeit öffnen. So, warum bin ich also hier? Was werde ich euch heute sagen? Es wäre wohl besser, wenn niemand mit diesen Grenzsteinen herumfummelt. Dieses Land, all dieses Land wurde euch gegeben. Und es war nie vorgesehen, dass ihr Sklaven in eurem eigenen Land sein solltet. Gibt es da irgendein anderes Land auf der Welt, das wie das versprochene Land ist? Ein Ort, wo Milch und Honig fließen? Wunderschön, ohne Vergleich. Aber da ihr Sklaven seid, glaube ich, noch nichtmals mehr, dass ihr es wahrnehmt. Ich glaube, dass ihr gar nichts mehr wertschätzen könnt. Wie hat euch Gott erschaffen? Er hat euch frei erschaffen. Und die Deutschen mögen die Freiheit. Eure Vorfahren, eure Ahnen und Urahnen liebten die Freiheit. Sie würden alles tun und kämpfen, um ihre Freiheit zu behalten. Und die Römer sagten, wir werden alles erobern. Wir kommen, sehen, sahen, siegten und eroberten. Und so sagten die Römer auch zu den Deutschen, ihr werdet auch unsere Sklaven sein. Und was sagten die Deutschen? Nein, danke. Und das haben die Römer nicht wieder probiert. Seht, die Deutschen werden also jede Gelegenheit erfassen. Sie werden also hart arbeiten und schwitzen, aber in Einigkeit, um das zu schützen, was sie lieben. Ihre Familien, ihre Freiheit, ihr Land. Auf meinem Flug hierher saß ich neben einem 28-jährigen jungen deutschen Mann, der sehr attraktiv war. Genauso wie ihr anziehende, intelligente Leute seid. Ihr seid das. So wie die Familie, bei der ich gestern Nacht übernachtete. Anziehende und ansprechende, intelligente Leute. Und der junge Mann neben mir ist die Zukunft von Deutschland. Schon sehr gut gebildet, ausgebildet. Und er übernimmt schon eine Verantwortung in einer deutschen Firma. Er ist die Zukunft Deutschlands. Aber er sagte, nee, Deutschland würde ich nicht verteidigen. Er sagte, ich bin doch Pazifist. Und alle seine Freunde sind auch Pazifist. Und außerdem bin ich Umweltschützer. Ich kann also einen Tropfen Benzin. Ich kann also einen Tropfen Benzin nehmen und mein Auto fährt einen ganzen Monat. Und er sagt, ich möchte Weltfrieden für jeden Menschen. Und ich möchte natürlich den Weltfrieden für jeden Menschen. Und bist du bereit, dafür dein Land zu verteidigen? Nein, ich liebe Dinge wie das. Nee, solche Sachen mag ich gar nicht, die hasse ich. Würdest du dein Dorf verteidigen? Und er sagte mir, wo er wohnt. Und er sagte, nein, nein, das würde ich nicht tun. Und er war nicht verheiratet. Aber lass uns mal annehmen, verheiratet und drei Kinder. Würdest du diese, sie verteidigen? Und so überlegte er einen Moment. Und er hat immer die Frage noch nicht beantwortet. Und ich glaube, er würde es nicht tun. Und so frage ich ihn also die letzte Frage. Wer wird denn dann deine Kinder und deine Ehefrau beschützen? Wer soll das? Und bitte, es ist keine Erfindung, was ich euch erzähle. Er sagte, die Amerikaner beschützen uns. Und es war alles, was ich tun konnte, wenn ich also festgegurtet gewesen wäre. Wenn ich nicht festgegürtelt worden wäre, dann wäre ich glatt aus dem Stuhl gefallen. Und die Nägel sind immer noch nicht nachgewachsen. Das ist die Zukunft Deutschlands. Also, um das klar zu sagen, die Amerikaner werden euch nicht verteidigen. Punkt um. Da gibt es nicht eine einzige Mutter in den ganzen USA, die je ihren 19-jährigen Sohn oder ihre Tochter senden würde, um für euch zu sterben. Wird nicht passieren. Diese Dinge sind nicht hier, um euch zu beschützen. Sie sind dafür da, um euch zu kontrollieren und den Schacht zu halten. Und so fragte ich ihn, die Leute in deinem Alter, denken die alle so? Und nun kommen wir zum Kern der Sache. Er sagte, das ist einfach die Art und Weise, wie wir großgezogen werden, erzogen werden in Deutschland. So werden wir ausgebildet, so ist unsere Schulung. Er wusste nicht, wer ich war und meinen Namen. Und ich weiß immer noch nicht seinen Namen. Aber es war ihm wirklich daran gelegen, mich darüber zu informieren, wie er denkt. Aber seine Lösungen sind wirklich purer Wahnsinn. Die am besten denkenden Menschen auf der ganzen Welt. Ein brillanter, gut ausgebildeter deutscher junger Mann. Und die Zukunftspläne, die er hat, hat überhaupt gar keinen Grund und keine Nachhaltigkeit. Gar keine. So funktioniert es nicht. Ihr müsst ja blind sein. Und taub. Und ich glaube, dass er leider ein typischer deutscher, moderner Mensch ist. Später auf dem Flug, es waren ungefähr neun Stunden, zwanzig Minuten, die ich geflogen bin. Und später im Flug fragte ich ihn also, naja, ich habe da noch eine Frage. Die Polen haben ja jetzt 1,6 Billionen, deutsche Billionen, Euros von Deutschland verlangt. Wie kümmert man sich damit? Und diese 1,3 Billionen Euros sind ungefähr 1,3 Trillionen, sagt man im Englischen, Dollar. Also das ist sehr viel mehr als das Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt von verschiedenen vielen Nationen zusammengefasst. Und so fragte ich, glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, dass Frau Baerbock, eure Außenministerin, den Polen all dieses Geld gibt? Und er sagte, ja, wir sollten ihnen auf jeden Fall das Geld geben. Und ich habe vermutet, dass es käme. Denn egal, wer in der Welt für welchen Zweck auch immer Geld braucht, der weiß genau, wo er hingeht. Und ich fragte ihn, ja, wo soll denn das Geld herkommen? Das ist ja eine Riesensumme. Und er sagte, ja, weiß ich auch nicht. Und so sagte ich, naja, was hältst du denn davon? Ich glaube, dass das Geld daherkommt, dass du über deine Lebenszeit ein Gehalt beziehst, und das ist dafür. Das heißt, du musst in deinem Leben noch jeweils einen Monat mehr arbeiten dafür, dass du dann ab dann Geld wirklich für dich verdienst. Und er sagte, naja, das mag ich irgendwie auch nicht. Und ich sagte, das ganze Geld wird von dir kommen. Und von dir. Und euch. Und euch auch. Aber fragt ihr jemals auch nur die einfachsten Fragen? Wenn also alle aus der Welt zu euch kommen und sagen, gebt mir Geld, ich brauche Geld, gebt mir Geld. Und wie wäre diese Frage? Und ich habe den jungen Mann gefragt. Wofür werden sie es denn verwenden, dieses Geld? Vor ein paar Monaten noch haben sie kein Wort darüber verloren. Und nun plötzlich brauchen sie also diese Summe. Und ihr, natürlich, schuldet es ihnen. Und sie müssen es genau jetzt bekommen. Wofür werden sie es verwenden? Und er sagt, ich glaube, die pflanzen Bäume damit. Und so habe ich wieder meine Nägel gebissen, natürlich die andere Hand. Bäume pflanzen, sie werden das Land wieder aufbauen und wunderbar machen. Und sechs Tage bevor ich neben ihm auf diesem Lufthansa-Flug saß. Und es musste ihm bewusst sein. Sagte der polnische Präsident zur polnischen Bevölkerung, zur polnischen Nation. Wir werden unser Militär sehr rasch wieder aufbauen. Wir werden die stärkste militärische Macht in ganz Europa sein. Und wir werden das sehr schnell erreichen. Wir brauchen bloß das Geld. Und braucht man dafür einen brillanten Geist, um auszurechnen, dass eins plus eins zwei ergibt? Und warum brauchen sie jetzt dieses Geld so plötzlich? Und wohin gehen sie, um es zu bekommen? Und mögt ihr es wirklich, dass ihr bis zum 5. Juli jedes Jahr arbeiten müsst, bevor ihr irgendeinen Cent für euch selbst verdient? Wann wacht ihr bloß auf? Wann fangt ihr an, die einfachsten Fragen nur die einfachsten zu stellen? Die Ukraine hat beileibe nicht die Munition oder die militärische Technologie, um alleine Russland zu besiegen. Also all das, was über Geheimpapiere veröffentlicht wurde, diese Geheimpapiere, die geleakt wurden, zeigen, dass das nicht der Fall ist. Und auch, während wir hier beisammen sind, morden die Ukrainer 110 russische junge Soldaten. Wo haben sie all diese Waffen und Munition her? Diese modernen Geparden, Leoparden, all diese Waffen? Das ist die deutsche Führungskraft heutzutage. I am Olaf Scholz. Ich bin Olaf Scholz. I have hair, I know that. Ich weiß, ich habe Haare, eher nicht. Ding, 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 ding. Hallo? Oh, Präsident Biden. Oh, hallo, Präsident Biden. Yes, jawohl, jawohl, und jawohl. Und so sagt mir, sieht das aus wie Führungsqualität? Habt ihr irgendeine Idee davon, wer ihr wirklich seid? Wie gut ihr wirklich seid? You say, well, wait a minute, wait a minute, Professor. We live in shame and guilt and fear. That's how we live. Und ihr sagt natürlich, aber Herr Professor, jetzt wollen wir mal, Momente mal, Momente mal, wir sind diejenigen, die in Schuld und in Scham stehen und leben. And it makes sense that we have to be controlled by America and Britain. That makes sense. Und da liegt ein Sinn darin, und warum wir von Amerika und Großbritannien kontrolliert und im Zaum gehalten werden. I mean, you don't know how bad we have been. Herr Professor, Sie wissen gar nicht, wie schlecht wir waren. We had it coming. Das haben wir nur verdient. We earned it. Das haben wir wirklich verdient. That alone is the große Luger. Und allein das ist schon eine große Lüge. You're not controlled because you are so bad. Ihr werdet also nicht kontrolliert und im Zaum gehalten, weil ihr so fürchterlich schlecht seid. You are being controlled because you're too good. Ihr werdet kontrolliert, weil ihr einfach zu gut seid. That is the truth. Und das ist die Wahrheit. And you're the only one who doesn't know the truth. Und ihr seid die Einzigen, die das nicht zur Kenntnis nehmen. Und ihr sagt, ja, Professor, Sie lieben uns ja. Also sind Sie nicht sehr objektiv. Wenn man also jemanden liebt, dann sieht man ja sowieso alles durch die rosa Brille. So, lasst uns dann mal einen attraktiven jungen Mann nehmen, so wie jemand, der neben mir saß, im Flug zu einem Amerikaner. Vielleicht in den 1930er Jahren. Und er ist noch im College. Und er wandert mit dem Rucksack, also zum ersten Mal durch Deutschland. Von Köln nach Bonn und weiter. Und er schreibt in seinem Tagebuch. Und er schreibt in seinem Tagebuch, die Städte sind so sauber. Und die Menschen hier sind so großartig, offenherzig und freigiebig. Und sie sind auch noch intelligente Leute. Und so sagt er, die Menschen, die hier im Land leben, und es ist ein Zitat, die sind echt so, so gute Leute. Und so müsst ihr nicht mir glauben. Aber warum glaubt ihr nicht an diesen jungen College-Studenten aus Amerika? Denn dieser junge College-Student wurde dann zu einem amerikanischen Präsidenten gewählt. War John Fitzgerald Kennedy. Und auch er liebte euch. Bis zu dem Tag, an dem er starb, 1963, sagte er zu jedem, der es nur hören wollte. Und er hat seine Ansicht darüber nie geändert. Und seid ihr also deswegen kontrolliert, weil ihr so dunkel, so bösartig und so schlechte Leute seid? Habt ihr es denn wirklich verdient? Nein. Und so ist es wirklich an der Zeit, dass ihr die Dinge wieder auf die Füße stellt. Und bevor John F. Kennedy der populärste Mann in Amerika war, gab es dann noch einen anderen jungen Mann, der noch berühmter war als John F. Kennedy. Und wirklich jeder liebte diesen Mann. Es war unser Nationalheld. Und das war der Name Charles Lindbergh. Und er flog sein kleines Flugzeug nach Paris. Und er wurde zu einem weltweiten Helden. Und in seinem Tagebuch steht fast genau das gleiche wie die von John F. Kennedy. Diese Leute hier sind wirklich so, so gut. Und so ist es an der Zeit, dass ihr diese Lüge loslasst. Es ist an der Zeit, dass ihr wieder denkt, selber denkt. Dass ihr wieder anfangt, Fragen zu fragen. Endlich wieder stark werdet. Und euch gegenseitig um euch bemüht. Um eure Familie wieder zusammenzubringen. Und das beinhaltet alle Brüder und Schwestern über ganz Deutschland verteilt heute. Und das beinhaltet alle Brüder und Schwestern über ganz Deutschland verteilt heute. Aber es bedeutet auch, dass ihr mit all euren Vorfahren wieder in Einigkeit seid. Und das bitte für immer. Euch gegen eure eigene Familie aufzubringen, war wirklich grausam. Und bevor ich euch also verlasse, ich verlasse euch mit unseren zwei neuen kleinen Slogans. Es ist Motti. Es ist also nicht Gucci. Es ist eine einfache, simple Baumwolltasche. Aber auf der Frontseite steht etwas, was ich möchte, dass ihr immer erinnert. Ihr werdet mich vergessen. Das steht geschrieben. Aber ihr werdet dieses nicht vergessen. Es ist gut, Deutscher zu sein. Und ich erinnere mich genau daran, als ich es zum ersten Mal sagte. Wir sagen das nicht so. Nun, jetzt sagen wir es so. Und so möchten Lisa und ich, dass ihr dieses Jahr genau wie letztes Jahr wieder im Sommer zu Picknicks zusammenfindet. Dafür braucht ihr nicht mich. Die Picknicks, die über ganz Deutschland stattfinden. Vielleicht sieben, acht, neunhundert Leute zusammen. Und so werden wir viele von diesen Taschen haben. Und sie werden unterschiedliche Kunstwerke drauf abgedruckt haben. Und das sind Kunstwerke, die von euch allen sind. Und ihr kommt zu diesen Picknicks und wir werden ein paar Tausende von diesen verteilen. Aber für heute ist es alles, was wir haben. Nun, wer wird es wirklich wertschätzen und wirklich überall mit hinnehmen? Zum Einkauf, egal wohin. Das ist jetzt wirklich erstaunlich. Die erste Hand, die ich gesehen habe, war hier vorne. Die erste Hand, die ich gesehen habe, war hier vorne. Und nun möchte ich, dass ihr ein Bild mit euch nehmt. So, dass ihr nicht mehr immer auf diesen alten Mann schauen müsst. Aber ihr werdet euch an dieses Bild erinnern. Wenn es irgendwo auf der Welt ein Problem gibt. Und wenn die Deutschen Deutsche sind. Dann sagen sie, hey, ein Problem. Und ich habe dieses Problem erkannt. Denn ihr seid kreative Leute. Und ihr liebt die Herausforderung. Und selbst wenn ihr es perfekt macht. Dann seid ihr immer noch nicht so ganz zufrieden. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe wirklich nur einen Anzug. Und ich denke, ihr habt es schon fast vermutet. Baerbock hat zwei Kleider. Ein rotes und ein lilanes. Und ich habe nur einen Anzug. Und so möchte ich nicht, dass dieser Anzug schmutzig und klebrig wird. Und so sage ich den Deutschen, also ich brauche da jetzt eine Lösung. Da ist sie. Die Lösung. Es hat Form. Sie hat Funktion. Und es sieht schön aus. Und es ist einfach. Und es ist nachhaltig. Und es steht aufrecht. Das ist deutsch. Ich hatte ein Problem. Nun habe ich die Lösung. So, dass ich diesen Anzug noch zehn Jahre tragen kann. So sagte jemand im Zuschauersaal das letzte Mal. Und er fragte mich, also Herr Professor, haben Sie das etwa auch nachgefahren? Wir haben Sie nie anders gesehen als mit diesem Anzug. Und er hat natürlich so ein kleines Lächeln. Ha, ha, tragen Sie es nachts auch? Ich sagte, no, of course not. Und ich sagte, natürlich nicht. Ich habe Pajamas. Ich habe doch Schlafhemden. Nachthänden. Und so ist es. So ist es einfach, dass meine Pajamas so aussehen wie mein Anzug. Und dann hatten sie wirklich keine Fragen mehr. Und so haben wir jetzt eine Lösung. Aber die Alliierten mochten diese Lösung nicht. Und so fragten sie sich, was ist es bloß in den Deutschen, das sie so innovativ und erfinderisch sein lässt? Ist es bei denen im Wasser? Liegt es an der Luft? Liegt es an der Bildung? Es ist ja wie Magie. So we have to stop that. Und genau deswegen müssen wir es stoppen. We can't do what the German does. Wir können nicht so gut sein und das tun, was die Deutschen tun. So we have to stop them from doing it. Also müssen wir sie dazu bringen, dass sie damit aufhören. Und dann sehen wir Alliierten gut aus. Und so haben die Deutschen Selbstvertrauen. Sie wissen, dass sie Dinge hervorbringen können. Und etwas aus dem Nichts erschaffen können. Selbstvertrauen. So we took care of the self-confidence. Na, da haben wir uns jetzt drum gekümmert. And Germans have a strong foundation of family and Verbindungen. Und die Deutschen haben starke Grundfesten, familiäre Grundfesten und Verbindungen. Na, das können wir nicht gebrauchen. Und dann haben wir uns darum gekümmert. And Germans, we, everyone in the world knows, the Germans have the best mind, the best systems, the best thinking in the whole world. Everyone knows that. Und jeder auf der Welt, wirklich alle wissen, dass die Deutschen den besten Geist haben und die besten Systeme, Organisationen haben. Und das ist eine Gefahr für die Alliierten. Nun, das ist jetzt auch weg. Und was bleibt? Nun, die Deutschen seit Jahrtausenden haben sie erkannt und wissen, wie glücklich sie sind. Und wenn sie stolz auf sich waren, dann waren sie stolz auf das, was sie hervorbringen konnten, was sie leisten konnten. Und sie waren stolz auf ihr Land. Ja, nee, das können wir auch nicht gebrauchen. Aber natürlich sind die Deutschen noch immer aufrecht. Groß und aufrecht. Das ist der moderne Deutsche. Ihr habt euch das nicht selbst angetan. Es wurde euch angetan. Und wie funktioniert das jetzt noch als Lösung? Es geht nicht. Oder zumindest sehr schlecht. Wir haben also das, was einstmals sehr wunderbar war. Wir haben das genommen und haben es verbogen. So wie eine schlecht gedrehte Brezel. Und ich bin hier, um euch heute zu sagen, dass Gott euch dieses zu sagen hat. Und natürlich wird euch auffallen, und ihr wusstet schon immer, dass Gott Deutsch spricht. Und hier ist also seine Botschaft. Genug ist genug. Seid ihr einverstanden mit ihm? Und so haben wir heute wunderbare Neuigkeiten. William geht also nach Hause, woher er kam. Und wird sich ausruhen. Hoffentlich für eine lange Zeit. Denn ihr werdet mich nicht mehr benötigen. Ich komme nur zu euch. Wenn ihr euren Plan vergessen habt. Und wenn ihr euch nicht mehr selbst helfen könnt. Und hoffentlich werdet ihr mich für eine wirklich lange Zeit nicht mehr brauchen. Und so verlasse ich euch mit unserem zweiten Logo. Da gibt es so viele Fragen in Deutschland. So viele Verwirrende. Aber da gibt es nur eine Antwort. Was ist die Antwort? Liebe, Liebe, Liebe. May I please, will you just humor me by doing this one time? Würdet ihr mir also dieses Vergnügen bereiten und das jetzt einmal gemeinsam sagen? Und ich werde euch fragen, was die Antwort ist. Ich werde euch nicht übersetzen. Und ihr werdet bitte in Einigkeit antworten. So wie ein Volk. Seid ihr bereit? Okay. What is the answer? Liebe. No, I can't leave you on that. Und so kann ich euch nicht verlassen. One more time, please. Nochmal bitte. Let's wake them up out on the river. Lasst uns all die, die auch draußen noch auf dem Schluss sind, lasst sie es hören. What is the answer? Liebe. Oh, that's beautiful. That is true. Thank you very, very much. I'm finished. Danke. Musik Musik